Ein herzliches Willkommen zurück zu The Last of Us, Folge 2, 20 Jahre später, aus dem wir unsere Tochter verloren haben, in der Einleitung, geht es jetzt hier weiter und wir sollen jetzt ein Fiesling aufsuchen, habe ich so verstanden und genau das werden wir jetzt tun. Achtung, alle Einwohner müssen spät in der Lage sein, sich auszuweisen. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da, es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Wie gesagt, laufen mit der Taste W und dem linken Bumper auf den Controller, wenn ihr damit spielt. Sorry. Ja, ist gut. Dann schauen wir mal, ob es klappt. Ausweise bitte. Bitteschön. Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los hier, los! Du Riesen! Feuerfleisch! Sieh halt ab! Sieh auch los! S, Plus, Leertaste. Schnelle Drehung. Verdammte Feuerfleisch. Ja, S, Plus, Place. Mach ich doch. Ah, okay. Halte zum Sprinten. Umschalttaste links. Gedrückt. Ah, so funktioniert das. Ach, schade. Sieben. Medikit ausrüsten. Medikit. Eins. Linke Maustaste. Zum Heilen gedrückt halten. Sehr gut. Wir werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Ah, bravo. Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Herr Tess, hast du's mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Äh, Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich hab keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Ein richtig schönes Game, muss ich wirklich sagen. Marlene, siehst du noch Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Weiter. Jawohl. Noch ein Stück. Klasse. Seid vorsichtig da draußen. Doch, sie fand den Schalter nicht. Aber gut, in diesem Fall schon. So, unser Zeug. Weh und überspr... Äh, weh und... Ah, okay. Ja, könnte jemand gebrauchen. Nicht mehr viele Kugeln. Das hat's keiner. Neun Millimeter Pistole. Neue Waffe. Linke Maustaste. Nachladen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Wie? Okay, das ist dir eh. Bereit? Ja, Mann. Ja, komm, kletter. Geh doch. Na los. Das.de. Geh weiter. Okay. Sehr, sehr schön. Das hat geklappt. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Es werde Licht, die Sonne scheint. Was ein schönes Wetter, oder? Schaut euch das an. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Du kannst die Rätsel überspringen. Option unter Optionen. Barrierefreiheit aktivieren. Ich könnte die Rätsel jetzt überspringen. Das ist die Frage, will ich das? Ah, tragen. Wie trägt man? Geh. Hab sie. Gut, dring dich rüber. Platzieren. Ladies first. Lady. B, Fluss, Leertaste, Leitern hochklettern. Hier lang. Also ich spiele jetzt mit Tastatur und Maus. Das ist deutlich einfacher, habe ich gemerkt. Ihr könnt das natürlich handhaben, wie ihr wollt. Ich finde es gerade mit Tastatur und Maus relativ entspannt. Jetzt hier runter. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinet Willen. Aufwähig. Schalte mit. Tee, deine Taschenlampe ein oder aus. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Warte. Sporen. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Sie. Tucken. 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 Hört sich auch nichts zu tun. Sie ducken. Da. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wach dranbleiben. Okay. Hier sollten wir durchpassen. Schüsse. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Ja. Da liegt nichts wie raus hier. Vorsicht. Schüsse. Pass auf, pass auf. Hilf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Rechte Maustaste. Zielen. Linke Maustaste. Schießen. Ich muss zurück irgendwie. Ah, ey. Ey, das ist nicht einfach. Wie geht der denn zurück? Gehen wir erstmal ein Stück in die Richtung. Gehen wir. Tja, das musste wohl sein. Ich sag's ja. Das Spiel ist, wie gesagt, nicht umsonst ab 18. Tja, wo müssen wir jetzt lang? Das Spiel ist, wie gesagt, nicht umsonst ab 20. Da drücke ich. Bleib geduckt, um dich an Gegner heranzuschleichen und drücke E, um sie zu packen. Man braucht starke Nerven bei dem Spiel, das kann ich euch schon mal sagen. buffs, was ist nicht immer? Ich könnte sie nicht mehr. Entschuldigung. Ah! 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 Oh! gehen wir zurück in die stadt eine sehr gute idee raus hier einfach raus hier schalte mit die taschenlampe aus frische luft dafür lohnt es sich nach draußen zu gehen gestern in der stadt warum fragst du will nicht nach einem dieser raum sprays hoffen einfach mal der frau hinterher fluss leertaste klettern das war natürlich gar nichts verdammt das brett ist weg na mies und jetzt ich hole es tragen hier reiches rüber platzieren das ist ganz schön schwer ich werde das schon schaffen starke frau muss man wirklich sagen wow komm ich da jetzt wieder hoch hier geht's nicht rum ah ok mach was so wir sind fast da so mag ich ja gar nicht ne a d balancieren heute nicht lass uns nachsehen ob hier soldaten sind alles klar also wenn man die tasten drin hat dann ist das eigentlich ziemlich einfach mach zu nimm dir die kugeln hey kleiner man schau nach ob die luft rein ist keine soldaten keine männer von robert ja leicht verdientes geld würde ich sagen du weißt dass er uns erwartet na das macht's interessanter los geht's na komm hey tess hey tess hey süße lady wie geht's dir denn nicht jetzt terence nein 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 ist gut ich hab getratet nicht jetzt verstanden ok kann ich machen ok anfassen heißt kaufen krass ist lange her du kommst gar nicht mehr vorbei na wo willst du denn hin setz dich hin oh sorry tess ihr gehört zusammen geht einfach weiter geht doch wie ist das alter bekannter frag mich ich suche robert war er hier vor einer halben stunde er ist zurück zum kai da ist er jetzt ja man muss nur das kleine tücke kleingeld haben dann reden die leute es ist wie im wahren leben es ist wirklich wie im wahren leben los geht's lasst uns durch dreht um und geht zurück wenn ihr wisst was gut für euch ist es geht nicht um euch wir wollen nur robert macht euch locker kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht ich gehe nirgendwo hin ohne robert mischstück ich mach dich kalt wenn du nicht umkehrst und deinen hintern weg schaffst scheiße in deckung bereit ja ich werde euch helfen ich gebe deckung ziel auf sie geh nicht direkt auf gegner zu nutze deine umgebung um dich ihnen von der seite zu nähern mal witzig mal witzig keine verdammten kugel mehr du auch wo hat er die ganzen leute her was robert perfekt beherrscht sind leere versprechungen machen wir dem ein ende das ging ja grad nochmal gut warum duke ich eigentlich noch da kommt prinzessin ok gut gib mir die hand gib mir die hand bitte ok ok hier drüben joe ja und jetzt die wollen wir da hinkommen vorzessen das mal erzählen so es Ja, wie geht es jetzt weiter? Sag mal, habe ich da was übersehen oder könnt ihr mir helfen, wie es da weiter geht? Ich bin gerade ein bisschen überfracht. Da, ich Idiot. Manchmal sieht man die Dinge erst beim zweiten Mal, sorry. Mehr von Roberts Leuten. Tja, ich sehe sie. Woher weißt du, dass sie kommen? Zwei von uns hat es erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße, hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell und leise, Cowboy. Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Weiter, weiter. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr fünf Zivilisten. Alle gefesselt. Du nimmst den da, ich den anderen. Lass mich raus. Wer fleiß? Hey, schnapp! Joel! Drücke es auf, um anzugreifen. Bist du Arschloch? Lagerhausschlüssel, Schlüssel erhalten. Bisschen sammeln hier, mit den Leichen. Der scheint nichts zu haben. Weiter geht's. Okay. So, 되면 Wir haben die Kästchen in Südler da gebracht. Und alles verlinkelt. Gut, wenn wir noch eine Runde und gehen können. Halte, rechte Maustaste, gedrückt und drücke, linke Maustaste, für einen Bogenwurf. Drücke für einen schnellen Wurf, linke Maustaste, ohne zu zielen. Esk, Tutorial freigeschaltet. Super, Cowboy. Arschlöcher. Echt? Untertitelung des ZDF, 2020 du das du bist Scheiße! Komm, verrückt! drücke um einen arglosen gegner zu packen und f für einen lautlosen messer kill rezept messer freigeschaltet drücke zur fertigung tap punkt fertigung messer fehlende bestandteile dir fehlt noch bindung und klinge das rezept es tutorial freigeschaltet wir bräuchten hier mehr leute sie wären nur im weg bist du zum teufel bist du wir waren doch klar schon Da war ich wohl gar nix. Heiliger! Wir müssen klug vorgehen. Wir sind sehr gut in den Händen. Ja, tja, keine Kontakte mehr im Norden, keine Kontakte im Süden. Schätze, ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese scheiß Bewahre. Wir haben Jobs! Verdammter Robert. Gut. Ich bin nicht der. Arschlöcher. Gib mir Deckung. Kommt, reicht's! Okay, los! Okay! Das ist echt gut. Pass auf! Pass auf, um anzugreifen. Pass auf! Pass auf, um anzugreifen! Scheiße, ich bin verletzt. Oh Scheiße, zurück, zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt noch mal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Er haut ab! Robert! Jones, hier lang! Halte zum Sprinten, um Schalttaste links, gedrückt. Mist, was ist jetzt passiert? Wirft Siegelsteine oder Flaschen, um Gegner abzulenken, die dich... Halte mit Robert Schritt, wenn du einen... Optionen für die Beweg... Drücke wiederholt, F, um dich aus einem Griff zu befreien. Drücke, Tab, um... Nimm eine Geisel, halte zum Zielen. Robert! Joel, hier lang! Komm, er ist da rein! Wir haben ihn gleich! Scheiße! Fuck! Scheiße! Joel! Da ist er! Joel! Hallo, Robert! Da ist... Joel! Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu! Was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich... Ich will damit nur sagen... Die Waffen! Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... Es ist kompliziert. Okay? Hör zu! Lasst mich einfach rausreden, okay? Boah! Fuck! Stopp! Stopp! Hör auf zu jammern! Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauch einfach nur mehr Zeit. Gib mir ne Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so war das doch gar nicht. Wer hat die Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Ah! Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hm? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist ne Scheißidee. Ach! Alter! Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung! Wie erklären es ihnen? Na dann? Suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Green Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich hab sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Tja. Und wie das weitergeht. Das sehen wir dann in einem anderen Video wieder. Bis dahin sage ich. Ciao. Servus und Tschüss. Macht's gut. Habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Euer Danny Spieters. Ciao, ciao.